So, hallo und alle zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder eine weitere Folge von 5 Dingen in Minecraft, die du noch nicht wusstest. Auch hier wäre die Sache vorneweg. Falls du gute Ideen wirst oder Dinge, die nicht zwangsläufig, jeder weiß, schreib diese in Form eines Kommentars unter das Video. Und wenn sie gut sind, dann kommen sie eventuell dran. Ich bin so ein bisschen am Sammeln, auch unter den letzten Folgen. Ich habe ja eine etwas längere Liste von jemandem bekommen und die werde ich erstmal mit verwenden. Das war von Japut Kret vor, wenn das richtig aussprochen wird. Ich habe noch ein paar Punkte, die sind echt nice und die kommen jetzt heute dran. Fünf Dinge, die man eigentlich so nicht erwartet. Aber nichtsdestotrotz, falls ihr es noch habt, schreibt es jetzt runter. Wenn ich wieder welche suche, gucke ich unten an den letzten Videos und dann werde ich die mit dran nehmen. Ja, dann für heute haben wir ein paar interessante kleine Dinge wieder rausgezwiebelt. Soll ich so ein bisschen, warte mal kurz, ich wollte auch mal so ein Update geben vom Buch eventuell, was ich gerade am Schreiben bin von 5 Dinge. Ich bin so bei, ja, so 40%, 45% bin ich aktuell gerade fertig davon schon. Also, es war eine Arbeit. So, dann die erste Sache heute ist folgende. Und zwar handelt es von Monsterköpfen. Ich werde jetzt mal kurz einen Creeperkopf holen. Creeperkopf und einem Bett. Das habe ich da vorne stehen. Beispielsweise, wenn wir mal kurz Nacht machen, Timeset 0 und wenn wir den Creeperkopf da drüber setzen und dann, äh, Timeset 15.000, so, und uns da reinlegen, dann werden wir die ganze Zeit den Creeperkopf sehen. Wenn wir schlafen im Bett. Als ob wir den angezogen hätten, mehr oder weniger so nach dem Motto. Als ob wir da drin sind. Äh, fand ich ein bisschen komisch, dass das funktioniert. Aber ich habe dabei noch etwas komischeres entdeckt. Das jetzt so als Zusatzfaktor mir dazu zu schieben wäre. Wenn man nämlich beispielsweise den Block blockiert mit einem Stein oder so in sich dann reinigt, guck mal, was passiert. Man rutscht neben das Bett. Man liegt einfach mal neben dem Bett und schwebt dann in der Luft. Man liegt neben dem Bett, schwebt in der Luft und landet auf einmal auf der anderen Seite von da, wo man war. Wenn man auf dem Boden befindet, jetzt gerade nicht im Creative-Modus ist, fliegt, sondern einfach nur steht, dann plupp, fliegt man einfach ins Bett. Der Block drückt dich raus. Du kannst also drin schlafen, obwohl das Bett eigentlich blockiert ist, obwohl da eigentlich ein Block drüber ist. Was passiert eigentlich, wenn ich da auch noch zumache? Sowas. Geht das? Geht das dann? Es geht. Jetzt werde ich auf die andere Seite gedrückt. Okay. Und wenn ich die Seite ebenfalls noch zumache? Dann kann ich nicht mehr schlafen. Kann ich jetzt denn? Nein. Jetzt kann ich pennen? Okay, genau. Jetzt bin ich wieder dazwischen. Aber wenn die beiden Seiten blockiert sind, dann geht wiederum nichts. Loll. Und wenn ich nur die obere Seite blockiere, dann schiebe ich mich nach oben. Und dann schiebe ich mich einfach davor. Also, es ist praktisch so geplant, dass es funktioniert. Jetzt noch eine andere Bereichsfrage. Was ist eigentlich, wenn ich jetzt wirklich hier stehe so? Okay, im Sollwandel fliege ich dann auch mehr oder weniger. Loll. Loll. Also, er ist mit meinem Prozess zur Seite geschoben. Dann stehe ich neben dem Bett, wenn das nicht geht nach vorne, nach hinten. Okay, aber eigentlich müsste es auch einen Fehler geben, dass man in das Bett nicht einsteigen kann. Das fand ich sehr, sehr komisch, sehr mysteriös funktioniert. Wir haben auch die 1.9.4 drauf. Also, ja gut. Scheint anscheinend sehr seltsam zu sein. Dann die nächste Sache auf meiner Liste. Und zwar, sehr hilfreich, wenn man wissen will, in welche Richtung man schaut. Ohne F3 natürlich. Zum Beispiel mit einer Mine oder sowas. Dann greift man sich ein Loch in die Decke und platziert eine Fackel an den Deckenblock. Und die Fackel wird sich immer nach Süden setzen. Können wir gerne mal austesten. Ich habe hier so ein kleines Löchlein gegraben. Und dann sollte folgendermaßen aussehen. Wir brauchen eine Torch. Eine Torch. Und ich mache mal kurz die Zombies an uns aus, weil die sind nervig. So. Und, ja, wir sind jetzt hier in der Höhle drin, sozusagen. Und wir wollen wissen, wo denn Süden ist. Das ist nämlich einfach hier so ein Ding, ja, dass da ein Block ist, da ein Block ist, da ein Block ist. Also rundherum Blöcke und oben drin nochmal ein weiterer Block. Dann klicke ich an den oberen Block dran. Zack. Und die Fackel setze ich nach Süden. Übrigens egal, wie ich gucke. Also wenn ich da wegmache und zum Beispiel in die Richtung gucke, setze ich nach rechts. Da wegmache, setze ich nach hinten. Da wegmache, setze ich nach links. Und da wegmache, setze ich so oder so dran. Fackeln setzen sich immer nach Süden. Und wenn ich jetzt mal kurz F3 drücke, dann sehen wir hier drüben bei den Koordinaten auch Facing South. Also, ja, ihr könnt damit praktisch wie den Kompass Fackeln benutzen. Unter der Erde einfach nur Fackeln irgendwo dran platzieren. Und diese zeigen jetzt halt oder hängen immer an dem Block, der in Richtung Süden ist. Und zeigen tun sie in Richtung Norden, wenn man es so nennt. Aber, ja, nützlich wusste ich vorher nicht. Und das scheint immer so zu sein. Egal, wie oft man es macht und wo man es macht, funktioniert. So, mal kurz hier. Timeset. Null wieder Toches. Und, ja, die nächste Sache auf der Liste war folgende. Man kann Pilze auf Potsohl setzen, egal welches Lichtlevel herrscht. Und das war immer so eine Sache mit den Mushrooms. Ich nehme mal kurz da welche. Da werde ich gerne aber gerne mal Bohnenmehl besorgen. Bohnen, Bohnen, Bohnenmehl, Bohnenmehl. Bis hoch zu züchten. Wir brauchen Potsohl. Habe ich oben schon mal getestet, deswegen steht da eins. Man kann eigentlich Pilze nur in dunklen Lichtleveln setzen. Irgendwo in der Höhle und drunter irgendwie tief, was weiß ich. So, und wenn ich jetzt hier rechts klicken will, geht nicht. Geht aber nicht setzen. Wenn ich aber einen so einen Block austausche, mal eben, gegen so einen Potsohl-Block, kann ich einfach draufsetzen. Also auf Potsohl wachsen oder kannst du immer, 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 immer Pilze setzen, so wie es aussieht. Es ist am helllichten Tage alles hell und du kannst es trotzdem setzen. Und du kannst auch ein Problem mit düngen. Die, 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 die wachsen ja, als gäbe es kein Morgen. Sowas von wie Bäume. Ich habe immer Probleme gehabt, die, die so ein bisschen so düngen, aber. Ja, anscheinend, äh, Potsohl kann immer Pilze wachsen lassen. Äh, Preisfrage, wie sieht es eigentlich aus mit Mycelium? Da müsste es doch genau sein, oder? Bei Mycelium müsste die andere Ausnahme sein. Mycelium müsste eigentlich auch funktionieren, soweit ich weiß, ne? Ja, da kannst du auch mal Pilze setzen. Also wahrscheinlich ist Potsohl so eine abgewandelte Version von Mycelium oder so. Würde ich mal vermuten. Aber dass es auch da geht, ist sehr unerwartet. Potsohl hat eine ID von 003, 002 und ist komplett andere ID. Komplett andere ID, aber anscheinend, okay, egal. Egal, da ist, äh, ja, was im Busch. Warum auch immer. Es scheint zu funktionieren. Okay. Als nächstes auf meiner Liste folgendes. Potsohl wird nicht zur Erde, wenn man Blöcke darüber gesetzt. Mycelium und Gras aber schon. Und, ähm, normalerweise ist Potsohl, zusammen mit Kors, Dirt und was weiß ich nicht allem. Eigentlich auch wieder so ein Material, was eigentlich weggehen müsste. Die hat man es auch gerade mit dem Mycelium schon gesehen. Äh, kleines Beispiel. Wir haben Gras, was wir so setzen da. Dann haben wir da mal ein Mycelium und wir haben ein Potsohl. Und dann setzen wir jetzt jeweils Steine drauf. Und wenn man Steine drauf setzt, dann werden die Blöcke so abgeschnitten. Von Gras kennt ihr es auf jeden Fall. Das wird wieder zu Erde zurück. Und wir können eventuell sogar dann Game Rule das erhöhen. Game Rule, Random Tick Speed. Und dann machen wir die mal auf, äh, 3000. Oder 300. Zack. Und dann wurde das sofort zur Erde. Das war auch zur Erde nur das Potsohl. Das bleibt eben so, wie es ist. Und können wir gerne nochmal machen, diesen Test. Mycelium, Mycelium. Wird beides zur Erde. Gras, Gras, beides zur Erde. Aber Potsohl wird nicht zu links. Ja. Das ist ein sehr seltsamer Block, dieser Potsohl. Muss man sich mal genau anschauen. Habe ich auch noch nicht gemacht, weil das eher so ein bisschen seltener Block ist. Ich meine, der hat mir ja eh nicht so wirklich und keine Ahnung. Aber alles wird zurück zur Erde. Und, äh, ja. Besurft das nicht. Das bleibt so. Das bleibt als fester Block. Aber es ist eigentlich auch so ein Erdenblock. Wenn du was drüber setzen, muss es eigentlich auch zur Erde werden. Aber irgendwie, äh, wird es das nicht. Naja. Und die letzte Sache auf meiner Liste ist noch etwas Interessantes. Eine interessante Mechanik. Und zwar brauchen wir dafür einen Fens. Dann brauchen wir dafür einen Schwein. Ich wollte schon Schwein reinschreiben. Pick. Und wir brauchen dafür einen Schneeball. Äh, Snowball. Snowball, Snowball, Snowball. Und wir brauchen dafür eine Leine. Eine Lead. So. Und wenn wir jetzt beispielsweise, ja, hier so ein Schwein haben. Oder mehrere Schweine. Und die alle anleinen. So. Dann das. Und das auch daran. Und das Babyschwein. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Es fliegt. Steht gleich. Naja. Jetzt überlebt. So. Jetzt setze ich mal da dran. Wenn wir jetzt Schneebälle nehmen. Äh. Du kommst auch noch her. So. Wenn wir jetzt, ähm, Schneebälle nehmen. Können wir damit Leinen zerstören. Also wegfetzen. Generell. Du machst halt so keinen Schaden mit denen. Ganz normal. Kannst du aber schießen. Wenn ich aber jetzt auf so eine Leine hier schieße. Achtung. Warte, warte. Ich muss weit genug wegschieben. Wenn ich hier so Rechtsklick drauf mache. Und die Hitbox anvisiert habe. Dann mache ich es einfach nur kaputt. Aber wenn ich Schneebälle werfe, so. So wie vorne. Zack. Fliegt das Ding weg. Das prallt total ab. Oder wird zerstört, weggemacht, was auch immer. Ich setze nochmal ran. Achtung. Schneeball. Schaut mal. Es hat sogar ein Geräusch. Es hat sogar ein Geräusch, dass es reißt. Man kann mit Schneebellen aus eblichen Gründen Leinen zerstören. Achtung. Nochmal. 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 Ja. So. Und wird abgemacht. Das wusste ich vorher auch noch nicht. Eigentlich eine interessante Sache. Ja gut. Das ist genau dasselbe Geräusch wie das andere. Was passiert, wenn man zwischendrin wirft? So auf das Seil drauf. Passiert nichts. Aber wenn du auf den Knoten wirfst. Ja komm schon. Dann geht er. Hätte ich eigentlich mal ein Rätsel machen müssen. Hätte ich mal ein Rätsel machen müssen. Ein Rätselvideo. Und ich wette. Das hätte keiner gewusst, weil das vorher wenig gesehen hat. Oder fast keiner. Ich meine. Wie kommt man auch darauf? Irgendwie so ein Schneeball verstecken. Keine Ahnung. Ein Schneemann platzieren. Ich hätte ein Schneemann platziert. Und dann hätte ich. Ja so einen Zaun gemacht mit einem Schwein. Was daran hängt sozusagen. Was irgendwie so festgegangen ist. Warte. Irgendwie so. Keine Ahnung. So. So. Dass hier oben halt irgendwie so ein Block ist oder so. Ja. So was. Und dann ein Schwein. Was dann hier so. Hier so dran hängt oder so. Dann ist so der. Gehst du da Boden weg. Und das Schwein ist. Er hängt sich. Und die Aufgabe für das Rätsel wäre gewesen. Hier ist halt ein Schneemann. Der so rumläuft. Und die Aufgabe für das Rätsel wäre gewesen. Rette das Schwein. Boah. Soll ich das heute noch machen? Soll ich das noch machen? Das Rätsel. Weil das ist eigentlich ein gutes Rätsel. Aber ich habe das jetzt heute in der 5 Dinge Minecraft Folge mit drin. Das heißt. Ich habe ein Problem. Ich werde es das Rätsel machen. Und. Ich werde aber als Bedingung machen. Dass die Leute. Nur antworten dürfen in den Kommentaren. Wenn sie die 5 Dinge in Minecraft Folge noch nicht gesehen haben. Ich mache das mal. Ich weiß. Die Leute werden eh schummeln. Vielleicht ist es ein gutes Rätsel für Leute. Weil ansonsten wissen es die Leute ja schon. Ich sage auch. Dass die Auflösung des Rätsels der 5 Dinge Minecraft Folge kommt. Gleich schon am selben Tag. Ist ein gutes Rätsel. Komm. Das ist echt gut. Ich mache so ein Ding. Rette das Schwein. Und Auflösung des Rätsels. Ja. Dann wäre es das gewesen von der heutigen 5 Dinge Minecraft Folge. Ich habe gleich ein weiteres Video noch geplant. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und. Dann freue ich mich auf weitere coole Dinge. In den nächsten Parts. Wir sehen uns. Bis demnächst. Lass krachen. Und tschüss.